Den neuen Facebook-Chat reparieren Haben Sie auch den neuen Facebook-Chat? Dann ist Ihnen sicherlich nicht entgangen, wie Facebook Ihre Freunde sortiert. Egal ob online oder offline, Ihre Freunde werden durcheinander angezeigt. Eine Sortierung erfolgt lediglich nach Alphabet und danach, mit wem Sie in letzter Zeit des öfteren Kontakt hatten. Wie Sie dieses Problem mit nur ein paar Klicks lösen, zeigen wir Ihnen jetzt. Auf vidorel.com finden Sie unter diesem Video den Link Chat reparieren. Ziehen Sie diesen zunächst in die Lesezeichenleiste Ihres Browsers. Wenn Sie das getan haben, wechseln Sie wieder auf Facebook und klicken den soeben erstellten Favoriten an. Es dauert ein paar Sekunden, bis das Skript geladen ist. Im Anschluss sehen Sie Ihren neuen, alten Facebook-Chat. Dieser ist wieder viel übersichtlicher, da nur Online-Kontakte angezeigt werden. Leider müssen Sie jedoch den Link bei jeder Sitzung erneut aufrufen.